Hier präsentieren sich die Leichtathletik-Kinder der Stolberger Turmgemeinde. Wir springen, werfen und laufen. Um gut zu sein, benötigen aber auch wir modernes Trainingsmaterial. Unser Ziel ist Spaß an Bewegung, Kraft und Ausdauer. Neben sportlicher Leistung legen wir Wert auf Kommunikation und Teamgeist. Zur Zeit improvisieren wir viel und ersetzen professionelles Trainingsmaterial durch Kreativität. Sprungtraining geht auch mit Kartons. Jeder kann bei uns mitmachen. Unsere Trainer holen jedes Kind dort ab, wo es steht. Okay, und los geht's. Unterstützen Sie uns, damit wir mit dem richtigen Handwerkszeug wie professionelle Hürden, Kugeln für Kugelstoßen, einer Hochsprunglatte und Speeren professionelles Training machen können. Ä calorie im Drink. wheelbarat, followed in der Handwerkszeug wie professionelle Hürden, Kreativität, Kreativität und Betab. Währendst du die Handwerkszeug wie zwar auch was, Untertitelung des ZDF, 2020